So Leute, ich würd' mal sagen, Ingo, wie sieht's aus? Willst du mal einmal hier vorführen? Kannst die alle machen. Gucken wir uns mal an hier. Können wir ein bisschen Musik haben dazu? Ingo, was kann man denn alles damit trainieren, Ingo? Also, man kann erstmal hier mit trainieren. Das ist für die Oberarme. Das ist bei anderen Leuten für Brust. So, dann kann man das hier trainieren. Aber man kann mit dem Gesicht schon einiges machen. Dann kann man hier mit die Beine trainieren. Und dann hier oben, an dem Teil. Da hat der Fred schlecht zusammen gedacht, was ist da denn los? Da merkt man, dass der Fred noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen hat. Wie gesagt, das kann man dann so nach unten ziehen. Ja, wie ihr seht, da hast du noch eine Langhandel nach Hause. Und dann könnt ihr euch hier euer McFind-Abo sparen. War's schon? Ja, da fällt mir was ein. Ingo, da hab ich ganz besonders was geschenkt, bevor ihr Nikolaus kommt mit dem Kratz kontern. Wir hatten nämlich in der Sendung ein Special-Gest letzte Woche. Und ich dachte mir, wieso sollen sie hier vergammeln, bis es klappt mit der Frau? Ja, sag ich mal. Ich hoffe natürlich, dass es schnell klappt. Ich versuch's einfach vorhanden. Die findet hier keine Verwendung, ja? Die findet hier keine Verwendung, ist aber brandneu. Hier, äh, getaubt auf den Namen Katja. Vielleicht als kleine Übergangslösung einfach. Es ist endlich klapp, was hoffentlich bald der Fall ist. Ja, das wird ein bisschen bald der Fall sein. Ja, denke ich auch. Fred, wo haben wir denn hier ein Nikolaus geschenkt? Ich bereite schnell was vor. Lutz, erzähl doch eine Story. Du bist ein sehr guter Erzähler, finde ich. Kein Bits, ganz ehrlich. Der Lutz ist ein sehr guter Erzähler. Erzähl doch mal einen Schlag. Was du willst. Was ich will. Jetzt hast du ja hier so die tolle Gummipuppe bekommen. Also wie man so schön sagt, da ist zwar die Luft raus, ne? Ja. Aber... Aber ich sag mal so, das Blasen lass ich mal nicht schlupst lieber, ne? Ja, aber bestimmt nicht an dich. Wenn er nur noch... Ich nimm mal. Ich trin Lungen recht. Ich hab mir auch gemeint, die Puppe, nie sollst du aufblasen. Du bist ja so ein altes Ferkel, also jetzt... Nee. Jetzt lässt du einfach die Luft raus, ne? Oder ich geb die einfach euch dann so... Ja, da kann ich ja nur hin bei dir schlupfen. Die Luft kann ich bei dir nicht mehr rauslassen, ne? Obwohl die Luft schon länger... Nee. Ich sprech mal später. Ja. Für euch, ja? Ja. Ja. Was da wohl alles drin ist? Oh. Da schlupst du schon mal diejenige, die auspackt. Ach. Soll dich auspacken? Du bist doch gewohnt, einen Sack zu halten. Du kannst Katja auch ruhig hier lassen, wenn du nicht willst. Das war nur ein Scherz. So. Au. So. Oh, das ist ein Shaker von Sec Plus. Oh, die besten Supplements. Sec Plus. Made in Germany. Oh, selbst Kurt mag sie. Super. Tschüss Kurt. Tschüss Kurt. Untertitelung des ZDF, 2020